Für ihn gibt es nur ein Ziel. Ich werde ein Hunter werden. Das ist ein Beruf, bei dem man jederzeit Gefahr läuft, sein Leben zu verlieren. Doch zusammen mit seinen Gefährten stellt sich Gon jeder Prüfung. Er hat es nun mal im Flug. Nicht schlecht, Kleiner. In deutscher Erstausstrahlung Hunter x Hunter. Jetzt auf ProSiebenMax. Untertitelung des ZDF, 2020